Also beim Bus sollten wir, du weißt ja wo der Bus ist, Twisted, ich würde diesen Auftrag zu essen. Das war der Ding aushalten. Dann müssen wir gleich losrennen, also mit den Zombies gar nicht viel lang rum machen. Ne ne, wir werden am Anfang sowieso gleich laufen, oder zu dem Auftrag hier brauchst du gar nichts machen, aber laufen. Da vorne rechts runter, oder? Hm, geradeausbein. Da nehmen wir links am Strand entlang, ist ein Bus. Guck mal, ja. Links am Strand. Scheiss Scheusal. Ja, da habe ich rechts rum. Ich wollte ihm ausweichen. Ja, da habe ich geklatscht. Ne, das ist unglaublich. Die Zombies vom Hals zu halten füsten. Ne. Oh Gott. Natürlich kommt jetzt hier ein Jünger, na klar. Ja, da. So. Ich denke, müsste jetzt eigentlich der Bus gleich kommen, aber. Ja. Untoter Feind terminiert. Ach cool. Ach der Bus. Ah. Genau, genau. Super. Ach du Scheide, das bringt ja gar nichts weg ab an Scheide. Ne, da rein. Brauchst du dann auch da? Ja. Ach ja, lauf dir jetzt zurück, ok? Ist er hier hoch? Ihr könnt ja auch hier hoch. Na ja, das müssen wir hochziehen. Geh in diese Richtung. Let's go. Ich schade nach. Jetzt können wir ja noch mal warten, oder? Mhm. Mhm. Nur warten halt. Ich warte. Ja, ich habe das vorhin alleine gemacht. Hey, was ist das? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Die Affenbombe ist aktiv. Hier musst du ja auch für deine Ziele schicken oder andere. Ne, ne. Das ist etwas ganz anderes. Ja, okay. Wir machen auch 5.000 Ziele. Ja, ich weiß. Aber hier ist die gleiche. Warte. Ja, ja. Das schon, ja. Das ist genau so selten. Alter, wie die hier. Das ist ein bisschen eng hier, Mann. Alter, kapiert. Die ist einfach viel geiler, Alter. So, ja. Viel angenehmer. Wolle ich jetzt doch lieber ein Legendier des Werks, oder? Ich fange nicht alles an. Hier liegen viele Pantherplatten rum. Mhm. Ja, war schön. Das war's wert. Dann haben wir uns jetzt. Ein goldener Panzerplatz, wie ein unendetliches Werkzeug. ja ich hab ältesten siegel nein ich hab knochen raus gehauen raus gehauen? ja auf dem boden oder was? nein ich hab's aktiviert oh shit ja ok kannst du noch hier gebraucht da liegt ein stein also knochen heißt ja gehort nicht alle hunde oder was? ne du kannst ja einen hund hast du jetzt einfach der dir jetzt folgt glaube ich so wo ist der nächste auftrag? hier auf dem turm irgendwo ist noch ein hase ja irgendwo oben jetzt hier ich hab den ich hab den ich hab jetzt dieses rissteil für die 50 stufe oh ha duke ja ja ok das ist eigentlich haben wir es alle jetzt ich war alleine mal das ist dein was? ich glaub das ist dein ach ne Fistens hat Fistens hat ähm der folgt ihn hier gerade der bei euch ist das dein das ist ja krass das geil ist wir können hier jetzt gar nicht down gehen eigentlich also doch down gehen aber die holen uns schnell wieder wir müssen uns bis aufteilen weil ich das irgendwo war der Haft hier oben ich weiß auch ich glaub der war hier an so einem Ding war der ja genau der war irgendwo weiter oben der war irgendwo weiter oben er war hier irgendwo da da oben da oben weil ich weiß noch da war so spät in der teil mit voller panzerung in der nähe ich höre ihn 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 aber das ist ja irgendwo unten Aua hier ist EXPIL ja hier bei EXPIL stimmt es kann doch nicht sein man wird Dreckhaube ich hab ja die Karte man ihr habt alle die Karte außer Puppe ja ich glaub das kann nicht gucken ich auch nicht ja ja oh alter witzig hier was markieren ah hier hier sind sie gerade da ich hab ihn haust du ihn? ja ich hab aktiviert ok EXPILTIRE perfekt aber die Raketen sind scheiße aber die Raketen sind scheiße die Raketen sind scheiße alles mögliche hier ist noch der Karte mhm ja jetzt muss mir mhm muss nachladen ja 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 es ist ja wo ja собирale ja ja da ja ja Also die goldene MG ist nicht so geil. Ich weiß nicht was ich für einer ist, aber die ist richtig scheiße, die ist auch legendär. Ja, die ist ja auch schon. Ja, die ist ja auch schon. Ah, das ist echt geil. Ah, ich weiß nicht, was ich für einer ist. Ich glaube, es ist wirklich schön. Oh. Ich weiß nicht. Einfach freihun! Schmeißen wir Katu! Singularität eingesetzt! Oh, der Zunge ist so komisch! Keiner! 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 Schmeißen wir! Bitte entschieh' noch nach diesem Aufsatz! Bitte 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 bitte! Ah, der ist nicht feindlich! Ah, der ist nicht feindlich! Oh, der ist nicht feindlich! Hier, ich hab' den nächsten Hasen gefunden! Das sind die Raketen, dann! Ja, hier! Ja, hier! Ja, hier! Ja, hier! Nichts! Letzte Station! Ich bin hier oben oben! Ich muss ja hier oben 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 oben! Entschuldigt euch! Mach mal! Ach, das ist doch so! Ach so, ich bin der Meter! Und ich war's viel für mich! 1. Unschuld. 1. Unschuld. 1. Unschuld. 1. Unschuld. Und? Oh, wir liegen hier. Und die Knochen. Das ist ein niedliches Werkzeug. Ja, den Koffer. Äther-Säge und auch äh... äh... ältesten Siegel. Mhm. So, wollen wir den nächsten Hasen machen, oder? Ja, Mori. Äh, will jemand den Affen mitnehmen? Magazin wechseln! Ja, kann ich mitnehmen, weil ich hab die Hasen hier jetzt weiter aufgebraucht. Ja, ich hoffe. Ich hab noch eine. Ich hab noch drei. Oh! Ja, nimm du mit. Ich hab dafür zweimal selbst Arrival. Alter. Ich dachte, das wird in der Ölzeit ausgesehen wie ein Schema. Aber nein, das ist ein Dreckskoffer, ey. Ein bisschen. Aber das müssen wir schnell machen, das müssen wir jetzt sehr schnell machen. Ja, glaub ich schon mal schon zur Burg. Ja. Sehr schnell, sehr schnell. Was, was müssen wir denn machen? Wo seid ihr denn? Ja, guck mal um die Mission zu gehen. Ja. Ja. Ja, ich fühl's los, dass wir beisammen bleiben. Ja, das sind ja alle. Die sind auf Flotten, ne? Irgendwann drauf. Ja, die Raketen hab ich nicht gefunden beim ersten Mal. Da ist ja nur noch sechs. Ich bin in den Dichtern. Ich brauche hier in den Dichtern. Ich brauche hier in den Dichtern. Ja. Ich hab schon nehmt. Geh mal bei Kroni mit. Dann ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier im Dichter. Ich versuche hier hochzukommen. Keine Ahnung, wie ich hier hochkomme. Null Plan. Kroni hat doch keinen Plan, die wir hochkamen. Na. Wow. Ich los, mich auf den ersten Blick. Hier, warte, vielleicht hier. Alter, was mich hier alles verfolgt, ich mein' ich was. Ich hab's aufgeschafft. Hier. Ah, hier ist die Helium. Ich schmeiße Tasme. Ich kann jetzt gleich rausgehen, ich komm nicht weg. Er ist super, Leute. Ich hab auch einen. Let's go, man. Hey, was ist denn das hier? Kein Aura bis nach. Oh, ist das schon wieder mal? Das hab ich ja bekommen, wir haben. Legendieres IFA-Werkzeug. Und nochmal den Koffer für die Klingen. Also, richtig schön. Aua. Ja, ich hab nur zu rum. Aua. Wegstecken. Aber nicht Schema, nicht Schema. Nee, nee, nicht Schema. Oh, ich hätte dich dann so aufgefressen, hier auf der Map Schweste. So, und jetzt. Wir sind fertig mit allem hier. Ja. Ich hab nur Gold, nicht Schema. 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 Gold oder Gold? Orang. Hey, der Exel war doch hier irgendwo in der Nähe. Irgendwo da oben. Ganz schnell weg hier, Junge. Ganz schnell weg hier, Junge. Hier war es nicht. Ja. Hier. Und war er. Er ist da drüben. Drüben, drüben. Ja. Jo. Aber die haben nur drei Aufträge, ne? Ja, die sind nur drei. Okay. Das war echt easy. Zu viert. War richtig angenehm. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Wo hin, oder? Jo. Andere weiter. Ja. So, let's go, tschüss. Zauber. Zauber, Leute. Zauber, Booter, Leute. Hu ey. Yes. Zauber, Booter, Luch. Zauber, Booter, Luch. Zauber, Booter, Luch. Zauber, Booter. Zauber, Luch. Zauber, Ne, jetzt bin ich wieder externe Ansehen. Zauber, legendäres Werkzeug. Aber ich habe auch mal versucht. Bei mir auch mal versucht, vor dem, Schatz, zu Wasser. Zauber, Luch. Zauber, Luch. Zauber, Luch. Zauber, Luch. Zauber, Luch. Zauber... Zauber, Luch. Pi Koren, Stage i1. Ok, ja. So, so. Untertitelung des ZDF, 2020